Ah, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne. Blood in the veins of New York. Weil wir bladige veins in New York haben. The fuck? The fuck are you doing here, Tom? I did say no, Tom. Ich hab dir gesagt, lass das, Tom. Ach so, sollte man nicht eventuell hier den Toten rumliegen lassen, weil das könnte eventuell, aber auch nur eventuell. Das ist doch nur so klar hergesagt, anfangs. Schau mal rein von 30 Days to Night, Gerd. Verdammt, kack, Noobs. Komm raus. Ihr seid umstellt. Von einer Person. Einer Person mit meinem Kaliber vom Gesicht. Ah. Ah, fuck. Hahahaha, mein Gesicht. Mein wunderschönes, painiges Gesicht. Irgendwie hab ich so den Eindruck, zu diesem Max Payne Gesicht passt so eine Stimme irgendwie so. Nein, ich habe nicht gedacht, dass sie meine Frau... Hi. Ich glaube nicht, dass du irgendetwas für mich Interessantes zu sagen hattest, oder? Du siehst irgendwie traurig aus. Woran liegt das bloß? Exhibit Nummer 1. Warum erzählst du weiter? Ich hab deinen Freund gerade angeschossen. Friss. Ah, der hat gesessen. Der war wunderbar. Dann, 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 dann. Hm, Painkillers. Zum Glück kann man Schmerzmittel essen, als wären sie Tektar. Okay, die Mikrowelle hat offensichtlich zwei Schüsse ausgehalten. Ziemlich knallharte Mikrowelle. Cool. Der Retter-Armonisch schon. Man sollte vielleicht anmerken, dass es schon ziemlich cool ist, dass, äh... Man hier eigentlich schon so circa alles irgendwie aufheben kann. Oder auf jeden Fall damit interagieren kann. Warum ist hier unten eine Küche? Doch oben ist alles schmutzig. War hier schon mal das Gesundheitsamt? Aber man sieht so schlecht in die Räume. Warum habt ihr so... Warum habt ihr so stereotypische Stimme? Das bringt Max Payne aus dem Konzept. Guten Abend. Ich wollte fragen, ob es ihr Interesse an einem Zeitungsabo haben. Oh, wer bist du denn, mein Freund? Boom. Alter. Und da fliegt er weg. Der Typ sah aus wie ein Billy. Ah, okay. Weil ich schon, dass ich gerade einen Haufen Leute um einen Haufen geschossen habe. Ein ziemlich großer, offensichtlicher Key. Der Marky... Per. Hahaha. Okay, nein. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich bin Max Payne. Ich lache nicht. Nie. Außer müsste ich eigentlich ziemlich starke Blut und Wunden haben. Aber irgendwie auch nicht. I have the Painkillers. Buh. Okay, nachdem wir jetzt also alle getötet haben, mal wieder. Gehen wir mal geradeaus. In Toiletten findet man entweder Junkies oder Painkillers. Da wir aber hier oben, glaube ich, keine Junkies. Was ist das? Psi. Fün, 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 Psi. Ich weiß, welches Wort damit eigentlich gemeint ist, aber ich werde es nicht aussprechen. Warum sie diese Toiletten hier so custom-förmig... Max Payne is not pleased. Dum, 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 dum. Ich habe den Key dafür. Oh, Riko, du ist so bad. Ja, woher soll man noch wissen, dass noch einer daneben ist? Woher soll ich denn wissen, dass der sich da ein... Natürlich muss das Ganze Max Payne Stimme ruhe gebracht werden. Woher soll ich wissen, dass dieser Mann sich oral befriedigen lässt und dabei fünf Leute im Raum hat? Jetzt reicht es mir. Ihr werdet alles, Nürnberg. Ich meine, what the fuck? Ich weiß nicht, warum die immer in L.A. oder Mexiko sind. Vielleicht, weil es da billiger ist zu drehen. Mein Gott. Stirb. So. Max Payne is pleased with the destruction. Death and destruction. So. Nachdem wir einige Leute getötet haben. Okay. Get him. Los. Get him. Da fliegt er und sieht ein bisschen aus wie dieser blondhaarige aus Starship... Starship Troopers, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, in Truman Show kommt er auch vor. Oh nein. Ich habe gerade jemanden aus Truman Show erschossen. Welch Drama. Ich bin Max Payne. Ich bin Max Payne. Ich darf das. So. Ich glaube, gleich müssen wir mal mit der Dua auf Pistolen da rein. Und einige Dinge klären. Aber als allererstes muss ich auf Toilette. Darf ich mal? So. Ich glaube, das war... Ich weiß gar nicht, wann das erste Max Payne genau rauskam. Das war bestimmt voll der coole Kram da, dass du alles betätigen kannst. Ja. Das müssen wir nicht nochmal sehen. Was bleibt? Du Dreckigen. Moment. Hopp. Hoppala. Ganz schön viele Henchmen. Ich bekomme so leicht den Eindruck... Du krepierst jetzt auch. Willst du mich verarschen? Machen wir den. Ach, komm schon. So. Der Mann ist wieder Single. Und jetzt habe ich... Die dringende Notwendigkeit... Painkillers. Und habt ihr hinterher auch Painkillers? Du bist ein bisschen tot. Oh, wow, wow, wow. Oh. Ich hoffe wirklich, dass es nicht das ist, was ich denke, dass es das ist. Oh. Alter, du hast die Hose unten. Das war dezent. Ultra ekelig. Also. Hensh. He's dead. Oh, ist das widerlich. Aber gut, wir dürften ja mittlerweile eigentlich explizit bewiesen haben, dass Max Payne ab 18 ist. Äh. Restrooms. In Restrooms findet man vielleicht Painkillers. Oder Toilettenpapier. Eins von beiden. Oder keins von beiden. Mist. I need... Warum steht ein Spielautomatier? Auf der... Ah, ich hab nicht gewonnen. Doof. Blödes Spiel. Ist gezinkt. Ah. Every party needs a poop. The antique switchboard was still in use. Nice. That's what they invited you. There was an old telephone switchboard in the back room with the reception. area. The kind that made phone-tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines. The blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss. Gugnady. This Max Payne. The game started capitalists. He killed... Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Yes, Max Payne is coming to town and will fuck up your birthday. Okay. Ahem. Okay, hier tut sich schon mal nix. Dann gehen wir also dementsprechend nach oben mal in den Club. Verdammte Henchmen. Naja, das sieht jetzt nicht gerade aus wie ein gemütlicher Club, in dem man chillen kann. Das sieht eher aus wie so ein Hinterhof, Kaschem. Ich glaub, man hat mich reingelegt. Ich bin Max Payne. Ich kann immer nur eine Tür nach der anderen aufmachen. Seh ich irgendeinen Feind von hier? Nein. Dann machen wir das jetzt cool. Oh. Wow. Ach du Scheiße. Das lief verdammt cool. Yo. Ich hasse es. Ich muss. Kurzspeichertaste mir. Exhibit Nummer 1. You do not fuck up the Terminator. Where is Saracona? Where is your brain? Good day sir. You have been terminated. Yeah. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Ich muss unbedingt mir die Kurzspeichertaste merken. Dann muss ich das nicht immer... Echt mal, du möchtest Muerte nicht anpissen. Okay, das war jetzt taktisch echt unklug, so hier rein zu springen. Das war auch eigentlich gar nicht meine Absicht. Ah. Okay, Leute. Dann erstelle ich euch diesen Part-Pan. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.